Dies ist die emaillierte gusseiserne Grillpfanne von Pembert Chef. Mit ihrer Größe von 44,5 x 27 x 9 cm ist sie wirklich groß genug, auch für euren Festtagsbraten, für große Portionen Aufläufe, Lasagnen und so weiter. Ihr habt hier eingesetzt einen Edelstahl-Grillrost mit Griffen, damit könnt ihr euren Braten zum Beispiel ganz leicht entfernen, rausnehmen und zur Aufbewahrung lassen sich diese Griffe hier natürlich platzsparend einklappen. Die Gusseisenserie ist hitzebeständig bis 260 Grad und ihr dürft alle emaillierten Gusseisenformen von Pembert Chef auch in die Spülmaschine geben. Allerdings achtet bitte darauf, dass ihr diesen rohen Rand hier, der nicht emailliert ist, nach dem Spülvorgang sofort abtrocknet. Und bitte messt bei dieser Form aufgrund ihrer Größe unbedingt euren Backofen vorher aus. Die Gesamtbreite mit Griffen ist 44,5 cm. Gusseisen und auch emailliertes Gusseisen wie diese Form sind extrem langlebig. Wenn ihr sie gut pflegt, dann habt ihr ein Leben lang was davon, könnt sie auch noch an weitere Generationen weitervererben und Pembert Chef gewährt euch auf diese Serie 30 Jahre Garantie. Vielen Dank.